Seit Maria Bickmann vor zwei Tagen mit ihren Töchtern zu ihrem Freund Dirk Harnisch gezogen ist, wurde die 38-Jährige auch nicht mehr bedroht. Allerdings hat sich die Lage deshalb noch keineswegs entspannt. Lili und Kira gefällt der Umzug überhaupt nicht. Jeden Tag gibt es Streit deswegen. Maria ist nervlich längst am Ende, zumal es immer noch keine Spur vom Täter gibt. Das mit Happy Family kannst du echt vergessen. Du hast das Ganze uns eingebrochen. Papa ist kein Psycho. Fräulein, ganz ehrlich, so redest du nicht mehr mit mir. Ist das klar? Verdammt nochmal! Ich glaube das jetzt nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das tut mir so weh. Ich will meinen Kindern doch nichts Böses. Was soll ich denn machen? Was war das denn? Meine Hausschlüssel? Was machen denn meine Hausschlüssel hier? Dirk? Ja, ich bin hier. Wo bist du? Küche. Du, ich habe mal eine Frage. Ja. Ähm, wie kommen meine Hausschlüssel in deine Hose? Ich, keine Ahnung. Wie, keine Ahnung. Sind die da reingeflattert, oder? Mann, ey, hörst du mal auf, mich hier ständig anzumachen. Ich habe dir gerade gesagt, ich habe keine Ahnung. Jetzt hör mal zu, ja? Ich werde hier seit Tagen bedroht, verdammt nochmal, ja? Das ist doch mein gutes Recht zu wissen, wie meine Hausschlüssel in deine Hose gekommen sind. Und ich habe keinen Bock auf die ganze Scheiße ständig von dir. Ich gehe jetzt einfach mal duschen, ey, und lass mich einfach mal in Ruhe. Sag mal, geht's noch? Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Lass mich in Ruhe. Die Zweifel an Dirk Harnischs Unschuld werden immer grösser. Alles spricht für ihn als Täter. Um sich Gewissheit zu verschaffen, fängt Maria an, dem Bäcker hinterher zu spionieren. Sie will herausfinden, ob ihr Freund einen Account in dem sozialen Netzwerk hat, in dem das Foto von ihr gepostet wurde. Ne, na? Das glaube ich jetzt nicht. Frau Minklitz? Ja, hallo, Maria Bickmann hier. Ja, hören Sie mal, ich muss Sie ganz, ganz dringend treffen. Ja, ich glaube, dass ich bei dem Psychopathen eingezogen bin. Nach der Trennung von ihrem Mann hat Maria Bickmann den Bäcker Dirk Harnisch kennen und lieben gelernt. Als plötzlich kurz darauf ein Stalker die zweifache Mutter terrorisiert, fällt der Verdacht sofort auf ihren Ex-Mann Herbert. Die Verwüstung von Marias Wohnung ist das i-Tüpfelchen für die angeschlagene Krankenschwester und zwingt sie regelrecht mit ihren Kindern zu Dirk zu fliehen. Doch immer mehr Indizien weisen auf ihn als Täter hin. Anwältin Barbara von Minklitz und ihre Mandantin wollen den Bäcker zur Rede stellen. Ja, okay. Ich habe mir den mal ausgeborgt, ohne was zu sagen. Aber ich habe ihn aber wirklich zurückgebracht und wieder in meine Tasche gekommen ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist ja hochinteressant, also das nennen Sie Borgen. Ja, unter Borgen verstehe ich was anderes. Aber dann wüsste ich gerne mal, warum Sie sich den geborgt haben. Wie soll ich es jetzt sagen? Gut, ich weiß nicht mehr weiter. Wir haben so viel Stress gehabt. Ich habe mir den geborgt, den mit Maria rauszuholen, damit wir zur Ruhe kommen. Ich wollte einen Trippen nach dem Süden mit ihr. Nur wir zwei. Einfach mal alleine sein. Einfach. Harnisch, das wird immer interessanter. Wenn Sie eine Reise in die Südsee buchen wollen, brauchen Sie den Wohnungsschüssel von Frau Bickmann. Weißt du überhaupt, was meine Familie wegen dir durchmacht? Du kranker Typ. Ich glaube dir gar kein Wort. Und außerdem, gestern habe ich im sozialen Netzwerk einen Account von ihm entdeckt und in diesem Netzwerk wurde das Foto von mir hochgeladen. Schon vergessen, ja? Da soll ich sagen, ich hatte auch mal ein Leben vor dir. Ich war Single, ich war alleine. Ich bin Bäcker. Ich habe keine Zeit. Das ist die einzige soziale Plattform. Hör doch auf zu lügen. Ich lasse mich nicht länger verarschen von dir, ja? Du wolltest doch von Anfang an, dass ich zudeziehe. Du bist ein Psycho. Psycho? Ich? Und dein Ex? Der kann machen, wenn man noch was will, oder wie? Kann ja halt nicht wahr sein. Ich denke, wir gehen mal lieber. Und ich finde, Sie sollten sich ein bisschen beruhigen, sich vor allen Dingen intelligentere Antworten auf unsere klugen Fragen ausdenken. Ich sollte mich beruhigen? Ich denke mal, Sie gehen bitte lieber. Was soll ich denn jetzt machen? Mit Lili und Kira kann ich nicht zu meinen Freunden. Und meine Eltern wohnen am anderen Ende von Deutschland. Ich weiß echt nicht mehr weiter. Ich hoffe wirklich, dass Frau Minkwitz eine gute Idee hat. Nach dem heftigen Ausraster von Dirk Harnisch muss die Anwältin ihre Mandantin erst einmal beruhigen. Barbara von Minkwitz rät Maria dringend dazu, ihren Ex-Mann Herbert um Asyl zu bitten. Denn eins ist klar, bei Dirk kann sie nicht bleiben. Nachdem die Anwältin der 38-Jährigen versichert hat, dass Herbert definitiv nicht als Täter in Frage kommt, ringt sich die verzweifelte Mutter dazu durch, ihren Ex-Mann um Hilfe zu bitten. Kinder! Freut mich aber, dass ihr hier seid. Womit hat ich denn das verdient? Schau mal, wer treibt dich denn hierher? Maria. Was hat das dazu bedeuten? Herr Bickmann, es ist so, Ihre Frau möchte sich gerne um etwas bitten. Jetzt geben Sie sich bitte einen Ruck. Herbert, es ist so. Ich weiß im Moment einfach nicht, wohin. Ich dachte, du bist so glücklich mit deinem Neuen. Wie hieß er nochmal? Ich war glücklich, ja? Ich bin es aber nicht mehr. Herbert, ich habe wirklich Angst, dass Dirk der Psychopath ist, der uns bedroht. Da war sogar ein Foto von mir im Schlaf, im Internet. Das ist nicht dein Ernst. Doch, meine Wohnung wurde sogar verwüstet. Ich hatte auch einen Nagel im Autoreifen. Ich kann unmöglich mit den Kindern weiterhin bei Dirk wohnen. Bitte, lass uns bei dir wohnen. Na klar, könnt ihr bei mir schlafen. Sicher. Kommt rein. Ihr seid mit der Familie. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Gleichlich. Vielen Dank. Möchtet ihr irgendwas trinken, Maria? Wasser? Danke, ist nicht nötig. Nee. Wunderbar. Könnt ihr die Jacke abnehmen? Nehmen wir mal ab. Das ist aber nett von Ihnen. Danke. Kinder, möchtet ihr was trinken? Sieht aber ganz ordentlich aus hier. Hätte ich nicht erwartet. Na, setzt euch ruhig hin. Schön haben Sie es hier, Herr Bigwald. Also ehrlich gesagt habe ich hier was ganz anderes erwartet. Dass das hier schmuddeliger ist, aber es ist alles tiptop. Der Herbert ist richtig sauber dafür, dass das hier eine Junggesellenwohnung ist. Also, so kenne ich Herbert gar nicht. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wirklich. Ihr seid ja doch irgendwie immer noch meine Familie. Oh, nee. Nee, komm. Deine schon mal gar nicht, ja? Herbert, wir sind getrennt. Ist das klar? Geht das in deine Birne? Das ist nur vorübergehend, dass ich mit den Kindern hier wohne. Und wenn das nicht klar ist, dann gehe ich sofort wieder. Wirklich. Frau Bikmann, jetzt beruhigen Sie sich doch bitte mal. Das war wirklich viel für Sie, aber so geht es doch auch nicht. Der begreift die Trennung doch gar nicht, ja? Der macht sich jetzt wieder Hoffnungen und meint hier wieder Tralafitti. Oder vielleicht ist er sogar der Psychopath und hat das alles eingefädelt, damit ich hier wieder hinkomme. Frau Bikmann, jetzt beruhigen Sie sich doch bitte mal. Ich finde das wirklich nicht gut. Wir haben doch gerade eine ganz konstruktive Situation. Komm, Sie setzen sich bitte wieder hin. Sie dürfen das wirklich alles nicht eins zu eins für bare Münze nehmen. Ihre Frau hat in den letzten Tagen so einen Horror durchgemacht. Ich bin mir ganz sicher, das wird sich wieder beruhigen. Tut mir auch leid, aber ich bin in letzter Zeit wirklich drüber, Frau Mingfels. Und ich muss wirklich mal ein bisschen runterfahren. Tut mir echt leid, Herr Merk. Maria, ich kann dir wirklich nur eins anbieten. Ich gebe dir einen Schlüssel. Ich ziehe eine Woche zu Klaus, ja? Dann kannst du hier zur Ruhe kommen mit den Kindern. Und ja, wenn es dir denn besser geht, sagst du einfach Bescheid, ja? Also, das kann ich wirklich machen, aber ich möchte, dass du mir einfach wieder vertraust. Ja, tut mir leid, ich werde mal wieder ein bisschen runterkommen. Das ist wirklich nett von Ihnen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Hilfe. Herbert Bickmann hält sein Versprechen und lässt sich nicht blicken. Endlich kommt Maria ein wenig zur Ruhe. Auch ihre beiden Töchter Lili und Kira sind wie ausgewechselt. Als die 38-Jährige nach ihrer Arbeit nach Hause kommt, haben die beiden eine Überraschung für sie. Das ist doch nicht etwa... Doch, grün kommt mit Pinkel. Nein, mein Lieblingsessen. Wie süß von euch. Wir wollten uns bei dir entschuldigen. Wir waren in letzter Zeit echt scheiße. Ja, es tut uns wirklich leid. Wir hatten einfach so eine Angst, weil wir so ein Irrer in unserer Wohnung waren. Ja, und du hast immer noch von dir gesprochen. Das war uns einfach zu viel. Ja, und wir wollen echt keinen Streit. Wir wollen eigentlich, dass es so ist wie früher, dass wir uns alle wieder lieb haben. Und ganz ehrlich, wir sollten dem eine Falle stellen. Dann ist er endlich mal dran. Ach, ihr Süßen. Ach, ihr habt ja recht. Ich meine, ich war in letzter Zeit wirklich oft daneben. Ja, aber es ist alles wieder gut. Ja? Sicher? Ja, und wir machen gar nichts. Wir überlassen alles der Polizei und unserer Anwälte. Ja? Ja. Und ab jetzt halten wir wieder zusammen. Versprochen? Das ist schön. Ja? Komm, faust drauf. Ja? Also, ich hab Riesenhunger. Lass uns jetzt essen. Ich auch. So, ich hol dann eben noch die Teller. Schwarz, holst du eben die Teller? Ich komm sofort. Ich geh eben noch zur Tür. Was willst du denn hier? Ich wollte mich nur entschuldigen. Vergiss es. Weißt du was? Seit ich von dir weg bin, ist mein Leben wieder richtig normal. Ich wünsche dir ein schönes Leben. Warte doch mal. Warte doch mal bitte kurz. Lass mich doch mal erklären. Ehrlich, ihr habt mich gestern so überfallen in dem Laden. Ihr könnt mich doch vollkommen verstehen. Aber versetz dich mal in meine Situation. Ich bin hierher gekommen, ein bisschen was aufzuklären. Guck mal. Hier sind die Tickets in den Süden. Und den Schlüssel, den hab ich genommen. Ja, und ich hab ein Gebrauch. Ich wollte unbedingt wissen, wo du noch nicht warst. Was für Tickets? Ich hab gedacht, ich hab echt gedacht, Dirk, du hast alles nur erfunden. Nee, schau doch dir das Buchungsdatum an. Ehrlich. Und wie der Lippenstift, das ist kein Spaß. Wie der in mein Hemd gekommen ist. Keine Ahnung. Und der Schlüssel zurück in meine Hosentasche, ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Süße, wenn das alles hier bedeutet, damit du mir glaubst, dass ich dich in Ruhe lassen soll, dann lass ich dich in Ruhe. So schwer mir das fällt. Aber ich will, dass du glücklich bist. Auch wenn das heißt, ich darf dich nicht wiedersehen. Dirk, weißt du, ich bin so durcheinander. Ich will dir ja glauben. Ich will Herbert auch glauben. Aber ich bin einfach misstrauisch geworden. Mann, ich kann dich doch verstehen, ehrlich. Aber ich hör ja raus. Dass du ein bisschen zweifelst. Und ich hätte da eine Idee. Du kennst mich ganz rein zufällig. Von deiner Lieblingsbente hier unten in der Kneipe. Zwei Tickets. Und ich würde mich echt freuen, wenn wir uns heute Abend da treffen können. Und nochmal über alle quatschen. Ganz, wirklich ganz unverfänglich. Und auch wenn du willst, lass ich dich in Ruhe, lass ich dich dann in Ruhe. Aber ich würde mich echt freuen. Gib mir doch mal einen Ruck. Na gut. Aber wirklich ganz unverbindlich, ja? Echt? Natürlich unverbindlich. Ich würde mich echt freuen. Okay. Ich weiß wirklich nicht, ob ich im Moment das Richtige tue. Ich mag Dirk wirklich gerne. Aber er hat auch eine zweite Chance verdient. Doch aus dem gemeinsamen Konzert wird nichts. Auf dem Weg dorthin erhält Maria einen Anruf von ihrer Tochter Lili. Sie soll sofort in ihre Wohnung kommen. Voller Sorge macht sich die 38-Jährige auf den Weg. Was die Kinder dort zu suchen haben, ist ihr ein Rätsel. Doch alle Fragen bleiben ihr, als sie die Wohnung betritt, im Halse stecken. Lili? Kira? Was ist los? Was ist passiert? Was ist passiert hier? Was macht ihr hier in der Wohnung? Wir haben nur Schulkram geholt. Was für schwulen Schulkram. Seid ihr wahnsinnig? Dann war das auf einmal. Schau mal. Nein. Ihr müsst hier weg. Ich werde euch so lange auf ein Internat schicken oder zu Oma und Opa. Bis das geklärt ist, wer das war. Nein, Mama, wir wollen die nicht weg. Das ist viel zu gefährlich. Nein. Wir müssen hier weg. Nein. Kira, was ist los mit dir? Nun rede doch. Lili, was ist mit deiner Schwester? Wir haben ihn gesehen. Wen habt ihr gesehen? Als wir hergekommen sind, ist Dirk gegangen. Dirk? Aber er hat uns nicht gesehen. Dirk? Dieses Dreckschwein. Angelogen hat er mich. Oh mein Gott. Dieses Schwein. Geht. Packt eure Sachen schnell. Wir müssen hier weg. Nach diesem schrecklichen Erlebnis kümmert sich Maria erst einmal um die schockierten Kinder und informiert ihre Anwältin Barbara von Minkwitz. Die lässt es sich nicht nehmen, sofort vorbeizukommen, um nach den Kindern und ihrer Mandantin zu sehen. Gemeinsam wollen sie überlegen, was jetzt zu tun ist. Mitten im Gespräch klingelt es an der Tür. Maria traut ihren Augen nicht, als sie sieht, wer da gut gelaunt vor ihr steht. Hey, helpte Frau. Wo hast du denn auf dich gewartet? Die Band war echt spitze. Ich glaub's nicht, dass du dich noch hierhin traust. Warum nicht? Weißt du was? Verschwinde. Du bist das Allerletzte. Ich will dich nie wiedersehen. Bin ich hier im falschen Film, oder was? Du bist doch der kranke Psycho hier. Krank bist du. Wer ist hier der Psycho? Du drehst doch hier völlig durch. Also pass mal auf, Herr Harnisch. Was Sie hier versuchen, ist Hausfriedensbruch. Und wenn Sie nicht sofort verschwinden, Herr Harnisch, dann hol ich die Polizei. Da können Sie Gift drauf nehmen. Bin ich hier der Fußabtreter der Nation? Die dreht sich hier völlig frei und ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Kommt. Nee, du bist der Psychopath. Ich will dich nie wiedersehen. Klasse schon wieder. Nee. Wissen Sie was? Ich finde, es ist jetzt hohe Zeiten, ein Annäherungsverbot beim Familiengericht zu beantragen. Nach dem Gewaltschutzgesetz steht darauf bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe. Und Sie haben vor allen Dingen die Möglichkeit, jederzeit die Polizei zu holen, wenn der wieder auftaucht. Sie haben recht. Ich kann auch nicht mehr. Ist nicht wie von Terror gewesen? Was hat denn der Misskeldi getan? Hey, weißt du was? Verschwinde! Das ist ganz komisch, dass gerade du jetzt hier auftauchst, ja? Ich möchte keinen mehr von euch sehen. Ich suche keinen Mann. Ich suche auch keinen Vater für Kira und Lili. Ich möchte einfach nur mein altes Leben wieder. Verschwinde jetzt endlich. Maria, was meinst du? Nee, verschwinde! Pack mich nicht an, ja? Verschwinde! Und weißt du was? Ich ziehe wieder zurück in meine Wohnung. Die werde ich dann komplett verriegeln, sodass keiner von euch mehr reinkam. Merken Sie das nicht. Sie ist wirklich völlig mit den Nerven am Ende. Es ist das Beste, wenn Sie jetzt gehen. Ist okay. Ich wollte doch nur mir eine Post holen und dann verarschen kann ich mich ja lehnen. Eine Post gebe ich Ihnen. Ja, und tschüss. Das ist doch kein Leben mehr. Ich bin doch nur noch auf der Flucht. Ich war früher immer selbstständig. Hab alles geschafft. Und jetzt? Jetzt bin ich nur noch ein Opfer. Nee, und ich bin mir sicher. Einer von den beiden muss das gewesen sein. Aber damit ist jetzt Feierabend. Sollen die doch kommen? Ab jetzt werde ich sofort zur Polizei gehen. Maria Bickmann reicht es. Sie will endlich wieder in ihr altes Leben und ihr altes Zuhause zurück. Währenddessen hat Rechtsanwältin Barbara von Minkwitz vom Staatsanwalt Informationen erhalten, dass am Türschloss ihrer Mandantin keine fremden Fingerabdrücke gefunden wurden. Es besteht die Möglichkeit, dass der Täter Handschuhe getragen hat. Aber die Anwältin hat einen ganz anderen Verdacht. Um das zu beweisen, ist sie auf fremde Hilfe angewiesen. Hallo, Herr Harnisch. Frau Anwältin, was machen Sie denn schon wieder hier? Und, Rollkommando dabei? Nee, ganz im Gegenteil. Lass mich doch mal erklären. Ich brauche Ihre Hilfe, Herr Harnisch. Meine Hilfe? Sie wollen meine Hilfe? So wie Sie mir die ganze Zeit geholfen haben, oder wie? Ich kann Ihr Misstrauen ja verstehen. Aber die Ermittlungen haben ergeben, Herr Harnisch, dass Sie unschuldig sind. Ach, jetzt? Bin ich auf einmal unschuldig für Sie? Ja, die Ermittlungen haben ergeben, dass in der Wohnung von Frau Bickmann überhaupt keine fremden Fingerabdrücke, keine Fremdspuren sind. Und das bedeutet, es müssen die Töchter von Frau Bickmann dahinterstecken, oder die haben es sogar selber gemacht. Die Mädels, aus welchen Grund sollten Sie so was tun? Ich glaube das mittlerweile. Aber genau dieses Warum, das müssen wir klären. Ich muss beweisen, dass meine Theorie stimmt. Und deshalb bitte ich Sie, dass Sie sich mit den Mädchen befreunden, damit wir das herausfinden. Befreundet? So wie Sie das anhört, hassen die mich. Da haben Sie recht, ich weiß das. Aber Sie sind der einzige Mann, mit dem ich das machen kann. Mir fällt sonst niemanden ein. Und ich denke, wenn Sie den Mädchen suggerieren, dass Sie auch verstanden haben, dass die Beziehung mit Ihrer Mutter völlig unsinnig ist und den Töchtern nur schadet, dann haben Sie die auf Ihrer Seite. Tja, aber aus welchem Grund sollte ich Ihnen jetzt nur helfen? Sie sollten das tun, um Frau Bickmann zu beweisen, dass Sie unschuldig sind. Wissen Sie, ich habe doch auch gemerkt, eigentlich hat die Beziehung zwischen Ihnen doch sehr gut funktioniert. Eigentlich passen Sie doch gut zusammen. Ich weiß wirklich nicht. Wissen Sie, ich glaube auch, wenn ich der Frau Bickmann das liefern kann, dass wir den Fall aufklären, dann würde ich auch das Annäherungsverbot gegen Sie sofort zurücknehmen. Wir können es versuchen. Ich bin nicht überzeugt, aber lassen Sie es uns versuchen. Nachdem Dirk Harnisch zugestimmt hat, der Anwältin bei der Aufklärung zu helfen, tauschen die beiden ihre Nummern aus. Dabei fällt Barbara von Minkwitz etwas auf. Der Bäcker macht auffallend viele Rechtschreibfehler. Ich bin so froh, dass ich Herrn Harnisch überzeugen konnte, mir zu helfen. Und vor allen Dingen bin ich absolut sicher, dass der Mann völlig unschuldig ist. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also eine Brezel oder einen Fahnenkuchen habe ich noch nie gegessen. Deswegen kann er das auf dem Spiegel in der Wohnung Bickmann nicht geschrieben haben. Schon am nächsten Sonntag ist es soweit. Die Anwältin und Dirk wollen Lili und Kira beobachten, während sie sich mit einer Freundin treffen. Dazu hat sich der Bäcker mit einer Knopfkamera und Ohrstöpseln ausgestattet. So halten die Anwältin und er die ganze Zeit über Kontakt. Die Infos über das Treffen hat Rechtsanwältin von Minkwitz zufällig mitbekommen. Es dauert nicht lange und die Mädchen tauchen auf. Sie gehen mit ihrer Freundin in einen Hinterhof, um ungestört reden zu können. Sofort pirscht sich der 42-jährige Bäcker unauffällig an die Mädchen ran. Wenn die irgendwie zugeben, dass sie hinter den Attacken stecken, dann bitte bleiben sie im Hintergrund. Wir brauchen so viele Informationen wie möglich. Mann, ihr seid so krass. Wollt ihr das jetzt echt durchziehen? Klar, ey. Ich brauche mal was Richtiges jetzt. So langsam. Mann, ja, weil Lili, langsam reicht's. Oder manchmal geht's echt scheiße. Ich stehe nicht an. Das war eine richtig geile Performance letztens. Als ihr da in die Wohnung rein seid. Ja, ich hab extra den Ziegel aufgeschnitten, damit das so aussieht, als ob wir heulen. Und das hat auch richtig gut geklappt. Ja, läuft doch gut. Also. Oh Mann. Frau Minkwitz, ich glaub, die haben mich gesehen. Jetzt tun sie einfach so, als ob sie zufällig da wären. Ey, verdammt. Ey, Kira, Lili, warte mal. Bitte. Ey, bitte. Kira, Lili. Lass die in Ruhe, Mann. Bitte hört mir doch mal zu. Verdammt, Mensch. Scheiße, Frau Minkwitz. Ich geh denen hinterher, bleiben Sie ruhig. Mann, verdammt, ey. Ohne zu zögern eilt Rechtsanwältin Barbara von Minkwitz hinter den Teenagern her. Sie muss sie stoppen, bevor sie ihren Plan in die Tat umsetzen. Die Anwältin darf die beiden auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Aber genau das passiert. Plötzlich sind die Mädchen für einen kurzen Moment nicht mehr zu sehen. Was ist denn da los? Ach du meine Güte. Kira. Hast du dich verletzt? Ich helfe eurer Mutter und ich dachte eigentlich bis eben auch euch. Wie ist denn das passiert? Die sind mir gerade einfach aufs Fahrrad gerannt. War vielleicht ein bisschen zu schnell. Ja, vielleicht ist gut. Höchstwahrscheinlich. Ich ruf mal sofort den Notarzt an, ja? Nein, auf gar keinen Fall. Das muss der Notarzt machen. Man weiss ja nie, was passiert ist. Seit einiger Zeit wird die frisch verliebte Maria Bickmann von einem Stalker terrorisiert. Der Verdacht fällt zunächst auf ihren Ex-Mann Herbert. Aber dann finden sich immer mehr Indizien, die Marias neuen Freund Dirk Hanisch schwer belasten. Doch Rechtsanwältin Barbara von Minkwitz lässt sich nicht in die Irre führen. Marias Töchter Lili und Kira stecken hinter dem Stalking. Aber noch bevor die Anwältin tätig werden kann, passiert ein Unfall. Kira muss ins Krankenhaus. Ihr wisst ja gar nicht, was ich durchlebt hab die letzten Tage. Hast du das gehört? Ich find den auch nicht witzig, Lili. Mann, wir wollten euch doch zurückhaben. Als Eltern, als Familie. Und uns hat niemand zugehört. Euch hat's nicht interessiert, dass wir Papa vermisst haben. Ich hatte eine todes Angst. Wisst ihr eigentlich, was ihr damit angerichtet habt? Mann, wir wollten doch, dass du richtig Angst hast, damit Papa zurückkommt. Das sollte ja alles gruselig sein. Aber du hast ja diesen Bäcker. So, jetzt pass mal auf, Fräulein, ja? Mit wem ich zusammen bin, ja? Das ist meine Sache. Ist das klar? Ein für alle Mal? Jetzt richte ich nicht so auf. Ich denke mal, die haben's gemerkt. Erst nach und nach wird der 38-Jährigen bewusst, wie sehr ihre beiden Töchter unter der Trennung der Familie gelitten haben. Maria und Herbert waren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um den Kummer der Mädchen zu bemerken. Sie hatte echt nichts damit zu tun. Das war alles meine Idee. Stimmt, wir waren beide daran beteiligt, wirklich. Es ist okay. Ich bin überhaupt nicht böse mit euch. Es tut mir wirklich leid. Ich hab echt gedacht, ihr seid alt genug, um unsere Trennung zu verkraften. Wichtig ist, dass wir hier zusammenhalten. Wir sind eine Familie. Wir vier. Lilly und Kira fallen unter das Jugendstrafrecht. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die eigenen Eltern ihre Kinder wegen Sachbeschädigung anzeigen. Und da wird auch kein öffentliches Interesse bestehen. Schwieriger ist es schon mit der Verdächtigung und mit den Ermittlungsarbeiten, die die Mädchen bei der Polizei verursacht haben. Nach der Beichte ihrer Töchter wird Maria Bickmann bewusst, wie ungerecht sie Dirk behandelt hat. Die Krankenschwester möchte sich so schnell wie möglich mit dem Bäcker aussprechen. Als die 38-Jährige am nächsten Morgen plötzlich unangekündigt in dessen Laden steht, befürchtet der 42-Jährige, dass Maria ihm nur weitere Vorwürfe machen will. Es tut mir einfach leid. Und sag mal, warum hast du mir nicht gesagt, dass du Legaszeniker bist? Klar, ich werde dir erzählen, dass ich nicht schreiben, dass ich eine Vollidude bin. Ich liebe dich. Wie soll ich dir das erklären? Ach Dirk, ich liebe dich doch auch. Lass uns wieder von vorne anfangen, ja? Ganz neu. Nachdem Maria und Herbert Bickmann klar geworden ist, wie schmerzhaft die Trennung für ihre Kinder war, hat sich das Verhältnis zwischen allen Beteiligten schlagartig geändert. Die Wochenenden werden jetzt so oft wie möglich gemeinsam als Familie verbracht. So haben die Töchter auch gelernt, Dirk Harnisch, den neuen Mann an Marias Seite, zu akzeptieren.